Ja hallo alle zusammen ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Ich begrüße euch von einem wundervollen Morgen hier am Burkhardshof. Die Sonne scheint. Gestern hatten wir eine tolle Space Night. Der Werner hat wieder sein Teleskop dabei und war ein sehr schöner Tag. Und ich möchte euch meine neueste Tanktram vorstellen. Die ist jetzt gemacht aus so einem Druckausgleichsbehälter. Ich glaube so heißen die aus dem Hauswasserinstallation. Das war vorher so ein großer roter Kessel. Und ja ich finde die Form richtig cool. Also wenn jemand noch solche Kessel irgendwo zuhause hat die er nicht mehr braucht. Bitte zu mir freue ich mich riesig drüber. Ihr seht schon hier eine kleine Besonderheit. Diese Tanktram hat auf zwei Seiten Schlagflächen. Kleines Klangbeispiel. Das hier ist wieder die Stimmung A Acre Bono. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, geht auch mit den Händen, dann sind es wieder andere Möglichkeiten, die man beim Spielen hat. Musik Die Stimmung nennt sich, also sind E gestimmt, beide pentatonisch, man kann halt nie falsch spielen, egal welche Töne man trifft. Und die nennt sich E-Pygmi. Musik 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 Ja, also man kann sich dran auslassen. Und wer so eine haben möchte, kann sich gerne bei mir melden, passt auf mich auf und filmen kann. Musik Musik Musik